Reife Technologien für heute und morgen. Die RIPE Energy AG. RIPE Energy ist ein Schweizer Unternehmen. Wir entwickeln und produzieren erfolgreich elektronische Geräte für Stromversorgung und Energieumwandlung. Unsere Produkte decken den Leistungsbereich von 100 Watt bis 10 Kilowatt ab. Wir entwickeln Lösungen, die exakt auf die Projektanforderungen unserer Auftraggeber zugeschnitten sind. Unsere Converter kommen beim Militär in Eisenbahnen sowie in gewerblichen Fahrzeugen zum Einsatz, ebenso in der Industrie und in der Luftfahrt. So produzieren wir hochspezialisierte Sinus-Wechselrichter, DCAC-Wandler und Netzteile. Für mich ist jedes Projekt neu, jede Aufgabe spannend und wertvoll. Wir fangen da an, wo andere aufhören. Unsere Auftraggeber schätzen uns als absolut kompetente Gesprächspartner, verlässlich und mit höchstem technischen Know-how. Wir garantieren Planungssicherheit. Vereinbarte Lieferzeiten halten wir stets ein. Drei Faktoren machen die RIPE Energy AG unschlagbar. Langjährige, erfahrene Mitarbeiter, eine schlanke Organisation der kurzen Wege und die Leidenschaft, stetig neue Produktinnovationen zu generieren. Ein Beispiel für die Innovationskraft von RIPE Energy, der neuartige Turbinengenerator. Auf der Basis unserer bewährten 10-Kilowatt-Industrieturbine haben wir einen Spezialgenerator entwickelt. Er ist der leichteste Generator der Welt und hilft zuverlässig bei Noteinsätzen und zum Starten von Hubschraubern. Die Gründer und Mitarbeiter sind seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich Energieumwandlung tätig. Wir richten unsere Arbeit und den Umgang mit Ressourcen auf eine nachhaltige Entwicklung aus. So sind unsere Produkte für einen langen Lebenszyklus optimiert. Renommierte Großunternehmen aus der ganzen Welt vertrauen uns und dies seit vielen Jahren. Wir stehen weltweit in Verbindung mit starken Zulieferern. Dieser Zugriff auf die Ressourcen unserer Partner ermöglicht hochspezialisierte ökonomische Produktlösungen in kürzester Zeit. Und seit 2015 sind wir ein ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Reife Technologien aus dem Zentrum der Schweiz. Für anspruchsvolle Unternehmen auf der ganzen Welt. RIPE Energy.